Am Freitag, dann Abschluss der Viertelfinals mit Rock Cross gegen Steven Bunting und Derrick Rieb gegen den Sieger dieser Partie. Besser kannst du das dann nicht anwerfen mit der nächsten Einholung. Ich höre mich noch in dieser Begegnung. Und vielleicht, eventuell ist in Aachen klar, worüber ich gerade passiert sind. Triple 19. Den ersten Matchstart. Triple 6 für seinen 20. Sieg in Folge, der ist es dann auch sehr, sehr souverän. Zieht Peter Wright ins Viertelfinale von Blackpool.